Drei Level... äh, drei Folgen, what the fuck. Das Problem ist, ich kann momentan die Folgen echt nicht länger machen, so gern ich es würde, weil ich momentan sehr viel aufnehmen kann. Aber das schafft die Leitung ja absolut nicht. Ich habe heute schon wieder wahrscheinlich, also heute wird wahrscheinlich schon wieder die Follows-Folge ausfallen, weil einfach die Leitung, das schafft sie nicht. Ich werde die Folgen von den Follows auch auf 15 bis 20 Minuten begrenzen erstmal, das kriege ich sonst nicht hin hier. Da tut mir natürlich seelisch weh, aber geht nicht anders. Schon wieder? Was gibt's euch? Hä? Die gibt's hier nie in der Gegend, hier gab's nie Vögel. Und jetzt auf einmal rennt sie rum, als wäre nie was gewesen. Ich glaub's ja wohl nicht. Da, da sind sie überall. Die Jaha Lunken. Die Jaha Lunken. Das wäre raus, hol ich mir jetzt nicht extra, da gehe ich jetzt extra raus dafür. Ich suche mir lieber noch ein paar Zombies. Wieso spawnen denn so wenig Zombies hier? Das ist ja unklar. Wurde da auch irgendwas verändert in der 1.8 jetzt so? Oh, okay. Ich kann's mir ja fast nicht vorstellen, aber irgendwie ist es verdächtig heute. Hallo. Müsste eigentlich gleich schon wieder genau, hier ist die Wiese. Oh, ein Zombie. Oh, ein Zombie. Oh, ein Zombie. Weißer sollten ja auch neue Zombies spawnen, wenn einer gestorben ist, aber auch da sehe ich gerade nicht. Aua. Oh, warum nicht? Nehme ich halt ein wenig Eisen mit. So. Klack. Spiel, ich hätte gerne ein oder 100 Zombies. Spiel. Bitte. 1 bis 100 Zombies. Das Spiel mag mich heute nicht, es mobbt mich. Ja klar. Spiel. Auf meinem Dach ist ein Creeper, aber sonst ist hier nichts. Bei einem Ruin ist auch nichts. Aber auf meinem Dach ist einer. Natürlich. Natürlich. Aber sonst gibt's ja auch nichts. Na gut. Wisst ihr was, ich könnte ja mal, das ist sowieso lange schon an der Zeit gewesen, habe ich da nicht eigentlich so was vorgehabt? Ich weiß es nicht, Moment. Ähm, habe ich denn, eigentlich müsste ich doch eine Menge, genau, da habe ich doch welche. Bitte habe ich die nicht benutzt. Still verpeilt in meiner Vergesslichkeit wieder. Ich weiß, ich wollte mal noch was hinbauen. So, dann da und dann hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Und dann natürlich wieder den Spaß anpflanzen, den ich abeande. das muss erstmal auch nicht schlecht so ähm klack und klack und dann haben wir hier noch ein bisschen was und da so blatten die mitte und ein wenig anpflanzen ich weiß aber noch größere Felder die müssen wir auch mal irgendwann fertig kriegen weil die sind ja auch noch nicht fertig die sind ja nur so die sind zwar schon fertig angepflanzt aber das sollte ja noch ein bisschen schöner werden und vielleicht ein bisschen größer da hat man ja noch ein bisschen was vor also ich hatte noch was vor und ihr müsst euch das natürlich ansehen ihr müsst nicht aber ihr tut es ja wenn ihr euch das anseht dann macht ihr es ja gerade und deswegen ist da auf jeden fall wichtiges Zeug ja ja es wird auch dein Leben verändern sei sicher so klack mit 21 kann man ich habe noch einen dabei schade meint war dann haben wir hier noch kann man auch mürren kann man Leinen drinnen hoher Kabeljau hohes Hammelfilet kann man das vielleicht, ne kann man immer noch nicht braten äh das war es schon ja 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 dann klack klack Federn habe ich auch ein paar die wusch jetzt mal mit hier rein klack klack und hier haben wir wieder Essen und Essen und Essen und und da haben wir wieder das das und das und das und dann haben wir hier noch ein bisschen Stein das ist voll Stein Erde natürlich jetzt mal nicht weg dann haben wir hier noch Fisch den habe ich hier noch nicht abgelegt ja und dann würde ich sagen tun wir noch mal ja ein bisschen angeln huch Glück des Meeres ich weiß nicht ob mein Glück des Meeres das verändert wurde das könnte man eventuell äh mal nachschauen nebenbei dann müsste ich das so machen Moment dann schauen wir das mal nebenbei nach da muss ich jetzt gucken dass das Füge kein Fisch anbeißt währenddessen sooo na komm da ist einer ja ja super äh wo haben wir es denn na Mist ich komme voll durcheinander mit den ganzen Tabs die hier offen habe äh Minecraft wiki ja super ich musste ganz kurz mal hier das sowas schon mehr so beißt halt nochmals an ich weiß es gar nicht wenn man einmal angebissen hat ob da nochmals anbeißt natürlich dauert es immer ewig lange aber wenn ich dann äh im wiki bin dann dauert es natürlich nicht mehr so lange da hat sich gerade mein AuPaira angemeldet super ähm 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 lalalalo 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 sooo Angeln hat was angebissen? naja hat noch nichts angebissen sehr schön obwohl so ob es so schön ist weiß ich nicht äh ich stehe hier am helligsten Tag weil ich so gerne angeln mag und ich hole nen Fisch und dann noch nen Fisch und dann noch nen Fisch und dann kommt er auf den Tisch lalalalala 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 angeln 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 ich angeln einen Barsch danach nen Dursch das ist hart hallo huhu Fischis Fischis ich hab noch drei Dinger jetzt ne also drei Balken bis zum nächsten Level ich guck mal wieviel der Fisch jetzt bringt da kommt er schon ein halbes und zwar ein Doodelfisch angeln aber Fische fangen kann er was? ich hab's gar nicht gehört wegen der Musik gerade naaa kommt da was? super da kam ein bisschen was? Fünf Fische haben wir jetzt schon? Na gut Fünf 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 Fünsche 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 und dann kann man sich einen Milchschlafer und Wassertank machen und das fände ich voll cool wenn man sich neben seine Kuhzucht, wenn man hier hätte dann hier, also hier haben wir ja gerade nicht, aber in der anderen Gegend haben wir eine wenn man sich neben seine Kuhzucht dann einfach so nen Tank hinstellt boah da waren wir zu spät ähm und dann einfach den Tank immer befüllt und dann einfach irgendwann mal was rausnehmen kann aus dem Tank wo vielleicht 20, 30 Ammer da drin sind dann würde das Kuchenbacken auch wesentlich interessanter werden boah das geht jetzt aber ab hier und Namensschild, wie geil Ah, warte mal, ich hab ne Idee Ich hab ne Idee, wir sind nur noch im lahmen Modus, gell? Warte mal Äh, Wolf Zwei Eier, ne? Dann nehmen wir uns die Knochen mit Äh, gehen auf Modus Null wieder Haben wir denn nur einen Namens-Tag oder haben wir mehrere? Namens-Tag, na, weil Namens-Tags bringen leider nur was bei Spawn an was, deswegen müsste man das dann so regeln Hä? Ich war mir sicher, wir hätten schon mal eins gehabt Na gut, dann machen wir uns einfach mal so hier Und zwar geht man da zum Amboss, dann tut man sich einen Wolf schnell, dann nimmt man den Namens-Tag Wolf Erschaffe Wolf Erschaffe Wolf Erschaffe Ähm Ich nenn ihn Fusse, da, ich hab mein Hund, der hieß Fusse Warum geht das jetzt nicht? Achso Achso, achso, okay Ich hab gleich zwei Fusse oder was? Äh, Moment Und dann machen wir noch, komm, ich schalte auf die Letze jetzt, ne? Dann machen wir mal einen Fusse und Lumpi, das hat zwei Gründe So Geht nicht uns, Kim Jetzt gehört er uns Super Kommt mal mit, die zwei Werden mir die Schafe zerpflückt, ne, ich bring euch um Komm, äh, der ist so blöd, der Hund Ähm Ähm Sind beide so behindert, die Hunde Ah, ok, super Warte Super, jetzt kommt mit Komm her Komm her, los, komm her Na also So Oh